Dann haben wir hier einen handbetätigten Innenscheibenwischer, gell? Was es mit diesem kuriosen Innenscheibenwischer auf sich hat, das erklärt uns Hans-Jörg im Stuch gleich im folgenden Video. Denn wir haben die DTM-Legende im Rahmen der DTM-Klassik am Neues Ring gebeten, uns mitzunehmen auf eine Tour durch seinen Audi V8 Quattro aus der DTM-Saison 1992. Und er hat uns das spartanische Cockpit ganz genau erklärt und gezeigt und da sieht man sehr gut, dass es einen extremen Unterschied gibt zu den späteren Class-One-Cockpits aus der Hersteller-DTM, aber auch zu den aktuellen GT3-Boliden, wo auch sehr viel Hightech im Vergleich zu den damaligen Autos drinnen ist. Dabei hatte das Auto technologisch durchaus einige Leckerbissen zu bieten und sogar ein gewisser Walter Röhr, die Rally-Legende, spielte dabei eine Rolle. Aber wir wollen euch jetzt nicht weiter auf die Folter spannen, sondern übergeben gleich direkt an Hans-Jörg im Stuch. Ja, eigentlich ein sehr originales, übersichtliches Cockpit, mit dem am besten werden wir anfangen. Das Wurzelholz ist noch drin, wie es in so einer der Audi drin war. Und dann haben wir hier ein Zusatzarmaturenbrett mit ein paar Schaltern für die Elektronik, Startknopf, hier unten verschiedene Gebläser und so weiter. Die normalen Heißdussknöpfe haben wir noch. Das Lenkrad kann man abnehmen, wenn man außen einsteigt, das ist auch gut. Und ansonsten haben wir da in der Mitte, das ist wichtig, den Drehzahlmesser. Das können wir sehen, bis 8000 Umdrehungen drehen und ein paar Lichter für Lichtmaschine, Reserve und so weiter und so fort. Und hier in der Mitte den Scheuthiebel, 6-Gang-Getriebe. Und das ist eigentlich alles, was du brauchst. Nicht wie heute am Lenkrad 500 verschiedene Knöpfe. Da musst du noch die Knöpfe hier normal drücken, was eigentlich immer wieder Spaß macht, weil es halt ein wichtiges Rennenfahren ist. Das Getriebe kommt ja aus dem Rallye-Bereich, was damals Walter Röhrl mitentwickelt hat. Und dieses Getriebe mit Z-Gang kannst du so schnell schalten, das ist der Wahnsinn. Aber du musst halt präzise schalten, nicht wie heute, wo am Lenker wieder Wippe geschalten wird. Also hast du schon genau die Gänge einlegen müssen, aber von der Haltbarkeit her sensationell. Das ist die Elektronikbox, die sogenannte ECU, die Motorsteuerung. Und drüber ist das für das Funkgerät, die ganzen Anlagen. Und hier haben wir Sicherung von der Benzinpumpe. Und die eigentliche Steuerung für die Motronik ist hier rechts. Der Fenster ist hier, Korbulator, muss mit der Hand drehen, nichts elektrisch. Auch die Türvergleiche müssen original sein, das ist ja auch original vom Audi. Und dann haben wir natürlich eine Sache gehabt, wenn es wirklich mal geringt hat, hast du keine Scheibenbelüftung. Dann haben wir hier einen handbetätigten Innenscheibenwischer. Da haben wir dann, wenn die Scheibe beschlagen war, mit der Hand mal schnell die Scheibe geputzt. Das waren geile Zeiten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann klick doch bitte auf den Like-Button und abonniere unseren Kanal, damit du kein weiteres DTM-Video mehr verpasst. Und jetzt servieren wir dir noch ein absolutes Highlight. Denn wir haben uns ausführlich am Norris-Ring mit Hans-Joachim Stuck über die wilden Zeiten der DTM unterhalten. Und sind dabei auch der Frage nachgegangen, welche Rolle Michael Schumacher wirklich gespielt hat, damals 1990 bei seinem Titelgewinn. War es Absicht, dass er Johnny Cicotto ins Auto gefahren ist und Stuck zum Meister gemacht hat oder nicht? Das Video siehst du hier.